hallo mein lieben Dotsdrossen herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft endergames ja wir spielen mit dem kid jäger hier und auf dem biome planes und ja ich wollte heute ein thema ansprechen was eigentlich mir halt sehr wichtig ist leute und ihr solltet mal bitte in die kommentare schreiben wir überhaupt wie bei euch überhaupt das projekt cubic ankommt weil ich bin eigentlich am ende jetzt nicht mehr so überzeugen überzeugt von dem modpack und ich überlege also schreibt es mal bitte in die kommentare ob ihr es besser finden würdet wenn wir zum beispiel auf das modpack feed the beast infinity umsteigen würden weil es da noch mehr möglichkeiten gäbe schreibt es auf jeden fall mal in die kommentare leute wenn ihr sowas sehen wollt weil es ist auf jeden fall in planung weil ich bin schon so schnell dieses modpack durchgegangen und das ist echt unglaublich ich hatte einfach so schnell die sachen weil man halt so produktiv auch teilweise ist und ja jetzt suche ich mir irgendwo ne kiste doggie style noch ein paar level und so brauche eine kiste irgendetwas tolles hier eine kiste ne ok ich bin schon mal weit weg vom nächsten gegner da ist ne kiste doch jetzt laufe ich noch auf den hinzu aber oh ok da ist schon mal ein schwert drin ne ok können wir da mal abbauen so eins, zwei, drei ach so eins, zwei, zack, zack oh ne leute das ist so ein hochbauer also kein spaß so da hab ich ein schwert sieht eigentlich gut aus für uns und hier sind auch noch kisten gespawnt nice oh wo ist die hin da hinten so so ich wurde getauscht okay hau rein zack nice schärfer oh ist schon nice leute ist schon nice oh leute ich glaub das wird ne gute runde ich blöcke ok ich muss mir in den wald da hinten zack wie lange noch? 100 blöcke ok hier ist noch ein stückchen eigentlich oh ich glaub er kommt entgegen das will ich aber nicht leck mich am arsch er kommt mir entgegen scheiße ich wurde getauscht oh was der ist ja einfach gestorben leute was zur hölle ok warte st cool hab ich schon hab ich schon hab ich schon oh was nein jetzt hab ich nein shit da ist der brossi bitte bross 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 äh hier zack wo ist der hier oben ok hab ich noch ein bisschen zeit nein mann komm cool jetzt hab ich ihn ok wurde getauscht ist er gut ist er gut ne so hab ich noch crafting table nice kurz gucken x50 blöcke es wird langsam brenzlig ich sehe ihn scheiße ja ja schweiß ohr holly kräp genau Vielleicht auf den nächsten. Rauf. Jo. Ey, Leute, wenn er mich jetzt noch kriegen würde. GG. Ich hab gewonnen. Yay! Leute, ich hoffe es hat euch diese kleine Runde Ender Games gefallen. Wenn ja, lasst bitte eine Bewertung da. Wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschau!